Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Cool, dass ihr da seid. Heute gehe ich mal eine Ausstattungsfolge rein zum Thema Pedalen. Und ich habe mir hier gesagt, okay, wenn ich ein SUV-Bike fahre, dann möchte ich mir auch mal ein Pedal holen können, was vielleicht auch für mehrere Schuhtypen dementsprechend geeignet ist. Auf der Suche in diesem Internet kam ich dann irgendwann mal immer wieder auf den Hersteller Tazekomponents zu und dachte, upsie, das Pedal könnte eigentlich vom SUV-Projekt völlig okay und völlig auch sinnig sein. Klar, Tazekomponents hat viele Pedale im Angebot. Auf der Homepage, wo ich mal durchscrollte, dachte ich einfach mich mal, guck mal, für ein universelleres Pedal. Klar, ich fahre Flatpedals schon mehrere Jahre aus verschiedenen Typen und ich habe mir mal die besten Flatpedals oder die für mich besten fahre ich heute immer noch. Dann sagte ich, okay, neugierde zieht, ich möchte auch ein anderes Pedal fahren. Und Tazekomponents hat ein Pedal im Portfolio laut Homepage oder von der Website als kleine Erklärung auch dabei. Ein eher universal lastigeres Pedal, was ich für ein SUV-Rad echt cool finde. Dass ich da wirklich sage, guck mal nach, ob das funktioniert. Die Werbung auf der Homepage war relativ groß. Das soll sein für Bike, Berg und Wanderschuhe. Es ist für mich schon ein Problem in sich. Zwischen einem Bikeschuh und einem Wander- und Bergschuh liegen Lichtjahre. Allein von der Sohlenkonstruktion und von dem, wie die Stolligkeit ist, aber auch wie hart oder weich so ein Schuh dementsprechend ist. Da kann man sich schon mal trefflich darüber streiten, ob das überhaupt aufgeht. Kleiner Spoiler vorab, bevor das Video rum ist, es geht nicht auf. Aber dazu im Laufe des Videos heute noch ein ganz klein bisschen mehr. Hat Pedale jetzt für euch in den letzten acht bis zehn Tagen Probe gefahren und einfach mal geschaut, machen die den Job, den sie eigentlich machen sollen. Kleiner Tipp noch oder kleiner Gedanke noch, Transparenz halber. Die Pedalen wurden mir von Tazek nicht zur Verfügung gestellt. Ich musste mir sie selber kaufen. Nachdem ich an Tazek zwei, drei E-Mails geschrieben habe und sagte, okay, komm, habt Bock auf eine Kooperation für ein Videoprojekt, hatten die es nicht mal nötig, auf diese E-Mail zu antworten. So groß ist der Laden jetzt halt auch nicht. Aber schade, sei es drum, dann habe ich sie mir halt einfach gekauft. Und ich dachte mal, probiere es dann doch einfach mal aus. Zum Unboxing, was ist an so einem Pedal alles dabei und wie werden sie geliefert? Sie werden geliefert in einer coolen Schachtel aus Papier oder Karton, was schon mal für diesen Thema ein bisschen regenerativere oder auch ökologischer Gedanke sehr, sehr wichtig ist. Klar, macht Sinn. Der einzigste Pferdefuß dieser Beutel mit Ersatzschrauben und Werkzeug in Kunststoff hätte man dann auch noch in Papier machen können. Dann wäre die Sache der Packungslösung rund gewesen. Zum Werbeaussagen oder diesen Facts auf der Schachtel, großer Pedalkörper, ja klar, kann man unterschreiben. Das haben aber auch viele andere Flat Paddles in passender Größe, dementsprechend sich holt. Gut. Kontaktiefer, maximaler Grip. Sollte ein Flat Paddle mit Pins haben, mit den passenden Schuhenkombinationen, wo ich für die Aussage für Berg- und Wanderschuhe nicht unterschreibe. Aber dazu nachher noch ein bisschen mehr. Dann 56 Pins, sollte ein Flat Paddle auch soweit immer cool haben. Abgeschrägte Flächen, das ist eine Sache, die finde ich ganz cool, dass man hier vorne, also an Zeiten, wo man dann nach vorne runterkippt und mal eine Kurve ein bisschen mehr in die Seite reinlegt, nicht gleich auf dem Boden aufsitzt. Macht Sinn, finde ich cool. Und da muss ich sagen, als Fact geht es für mich einfach auch durch und alles ist gut. Leicht stark Design und Qualität. Es ist ein cooles Pedal, es macht wirklich Sinn. Und vor allem, was ich dann so ein bisschen dachte, was immer so ein paar Punkte der Qualitätskriterien sind, so rum, dass man halt hier einfach auch Achsen hat, die relativ schwer gehen von der Schmierung her. Was aber ja auch sinnig ist, dass man wirklich sagen kann, wenn ich eine Pedalstellung wechseln muss, wird es einfach auch da stehen, wo es steht und dreht sich nicht einfach nur immer im Kreise, was ja für so ein Pedal auch kein Fehler ist. So weit, so gut war es mal zum Thema, wie werden sie geliefert und was sind die Aussagen da dahinter. Dann dachte ich mir mal, komm, mach dir mal den Spaß und fahr diese Pedal nächste acht Tage mal im Alltag und nehme einfach mal unterschiedliche Streckenprofile und unterschiedliche Schuhe dazu. Weil es soll ja ein Universalpedal sein und gerade für mich jetzt im Bereich SUV ist es für mich auch wichtig, ein Pedal zu haben, was für viele verschiedene Schuharten einfach funktioniert. Hat auch soweit mehr oder weniger geklappt. Begonnen habe ich mal den Test. Klar, wir haben natürlich auch einen Alltagsbetrieb. Alle, die sich mal ein Fahrrad holen, nicht unbedingt als reinrassiges Mountainbike. Dann würde ich auch vom Prinzip eine andere Pedalauswahl treffen. Auch mal soweit vorab, kleiner Spoiler. Aber als SUV-Bike kann man sagen, ich fahre dann auch mal normalen Turnschuh oder Sneaker und muss auf dem auch genügend Grip und Kontakt haben. Dass es irgendwie gehen wird und im Alltag funktionieren wird, war mir ja auch völlig klar. Ja, Flatpedals fahre ich seit mehreren Jahren und die funktionieren da immer recht gut, weil Sneaker haben im Regelfall eine relativ flache Sohle, sind immer weniger profil als die Pinhöhe und da greifen die auch recht gut rein, haben mal härtere und weichere Sohlen. Klar, macht einen Unterschied. Aber im Alltag zum Fahren geht es, weil ich ja auch mit dem Sneaker oder Turnschuh im Regelfall keine großartigen Fahrtechnik-Skills übe, sondern eher der Weg von A nach B das wichtige Ziel ist. Da haben sie einen Job gemacht, wo ich sagen muss, mega, das macht irgendwie Sinn. Wenn wir weitergehen und gehen mal in die Idee rein, klar, wenn ich jetzt mehr Rad fahre, hole ich mir dann irgendwann auch mal einen reinrassigen Mountainbike oder Bikeschuh. Da fahre ich jetzt ein paar mehr. Nehmen wir mal einfach mal 510 Freerider Pro mit einer Dottisole, wo ich wirklich auch den Kontaktgrip habe zum Pedal, wo ich super coolen Kontakt ins Pedal kriegen sollte. War keine Überraschung, sowohl mit Crankbrothers als auch mit Adidas 510 Freerider Pro war der Kontakt cool. Und da würde ich sogar sagen, sind wir fast schon im Mountainbike-Pedalbereich, wo ich sage, das macht Bock, macht Sinn. Ich habe einen riesigen Grip, den ich auch dementsprechend brauche. Also wenn ich dann sage, ich will ein bisschen mehr machen, als es nur von A nach B kommt, sondern auch mal in den Wald spielen gehen und ein bisschen mehr Fahrtechnik-Skills auch dementsprechend auspacken. Wobei ich muss dann sagen, dann würde ich auf ein anderes Pedal gehen, eventuell von Passatze-Components, aber auch der Markt ist riesig. Da habe ich ja auch schon jetzt relativ lang gefahren. Die Reverse-Pedalen machen für mich eigentlich um Mountainbike dann ein bisschen den Job, den sie auch für ein Mountainbike machen sollen. Hier sind wir ja auch im Universal-Pedal-Bereich, auch völlig logisch. Ja, aber dann das Ganze mal weiter stricken, das Thema. Und dann kommen wir an den Punkt an, wo die Werbe auch sagt, Website mündet, wo ich damals oder vor drei, vier Wochen schutzig wurde, wo es hieß, für Bike, Berg- und Wanderschuhe. Dann dachte ich, das geht irgendwie nicht gut, weil zwischen einem Bikeschuh und einem Wanderschuh liegen Lichtjahre. Schon allein in der Sohlenbeschaffenheit, ich habe hier eine relativ tiefe Profilstruktur. Und dass ein Pin in die Sohle reingeht, ist oftmals ein Glücksspiel, weil ich muss ja dann entweder die Nipsis oben treffen oder die Sohle unten. Und da ich ja bei einem Wanderschuh im Regelfall die Sohle habe von mindestens drei, vier, fünf Millimetern Profil und die Pins haben jetzt nur, also wie alle Pedalen nur, ist das falscher Ausdruck, aber haben jetzt meinetwegen die drei, vier Millimeter Pin-Höhe auf den Pedalen, dann treffe ich halt nicht immer auf hundertprozentigen Grip. Und da war jetzt schon mein Gefühl und sagte, wie ich es auch schon der Erfahrung nach, was ich mir gedacht habe, dass das nicht funktionieren kann. Ich war aber einfach dahinter und sagte, hey, macht euch den Spaß und probiere es einfach mal aus. Dann dachte ich, upsie, wir werden keine Freunde. Also Tazekomponents, MAC-Air-Pedale und Wanderschuhe und ich werden keine Freunde. Da ist der Kontakt zum Pedal, der Kontaktgrip deutlich schlechter als bei jedem Sneaker oder Turnschuh. Klar, aufgrund dieser Höhe von diesen Stollen und dieser Pins und der ganzen Schuhbeschaffenheit. Also das würde ich jetzt euch nicht unbedingt empfehlen zum Bäcker morgens. Ja, macht das Sinn. Für eine längere Tour eher nicht. Für eine längere Tour würde ich generell sagen, nehmt euch einen klassischen Bikeshut, der auch von der Sohle härter ist, dass er auch von der Kraftübertragung nicht so viel verliert. Dann habt ihr auch bei diesen Tazekomponenten-Air-Pedalen einfach dann doch einen deutlich besseren Kontakt zum Pedal und auch für eine längere Tour deutlich mehr Spaß und vor allem bessere Ergonomie. Das muss man einfach mal sagen. Fazit. Würde ich sie mir wiederholen und sage ich jetzt, cool, für wen sehe ich diese Pedale? Also, wiederholen und wieder kaufen oder zulegen, ja, würde ich sie mir, weil sie machen für ein Universalpedal für ein SUV-Bike wirklich Sinn. Für ein klassisches Mountainbike, wo als Sport gerecht nutzt wird, würde ich jetzt mal sagen, dann gehen wir in eine Liga für klassische Mountainbike-Pin-Pedalen und nicht die hier. Ihr könnt es tun, ist kein Fehler, aber wir müssen selber entscheiden, ob ihr da das wirklich machen wollt. Also, kaufen würde ich mir sagen, ja, macht irgendwie Spaß. Die Werbeaussage unterschreiben, dass dieses Pedal für Bike, Berg und Wanderschuhe, also für Bike, ja, für Berg und Wanderschuhe, definitiv nein, muss man immer sehen. Sobald ich halt auch mal sportlich unterwegs bin und nehme dann quasi mal ein Trail und brauche Kontakt zu meinem Pedal und es schüttelt halt mal ganz klein bisschen, dann bin ich mit dem Wanderschuh auf jedem Pedal eigentlich fast gar verloren. Und deswegen würde ich es da nicht unterschreiben und auch nicht definitiv da dafür nutzen möchten. Schade. Ich habe mir von diesem ganzen Thema ein bisschen mehr versprochen, auch von der Werbeaussage mehr versprochen, war mir aber von vornherein schon klar, dass es ein cooles Pedal ist. Cool, solange ich das Schuhwerk passend zu meinem Fahrstil, zu meinem Pedal auswähle, macht es wirklich Sinn. Da wird es auch weiterhin fahren. Ich werde es auch die nächsten Jahre oder nächsten Monate auf dem SUV-Bike weiterhin fahren, weil dafür machen sie den coolen Job und dafür sind sie einfach auch da. Ja, alles andere habt ihr gehört, muss man halt immer differenzieren, wo ein bisschen da für jeden die eigene persönliche Pedal-Inkommission mit Schuhreise hingeht. Muss man einfach mal gucken, was da dementsprechend für jeden selber rauskommt. Nur geparkt grundsätzliche Dinge in der Bike-Ergonomie, die sind halt so, wie sie sind und die können wir halt einfach auch nicht verändern. Soweit diese kleine Folge. Lasst noch ein kleines Abo da, lasst noch ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.